Okay, den Ring kann ich hier drin nicht benutzen. Und zwar wenn man den macht, ne nicht den. Ich will den Schild weithändig führen. Äh, nicht den Schild, denn das Schwert wollte ich eigentlich beidhändig führen. Gibt das nicht? Naja, anscheinend nicht. Sehr gut, und da habe ich da noch was. Ruine. Und ich glaube hier gab es noch Steine. Ah, vier Stück oder so. Argument. Ist ja auch noch eins? Nein. Ja, da ist noch eins. Und hier ist keins mehr. Oder? Ja. Ja. Da ist auch nix. Gut. Aber dann geht's mal ab ins Lager. Ja. Ich glaube ich werde auch ein paar Punkte in Arcana reinsetzen. Was ist das da? Und ein bisschen. Und zwar den muss ich üben. das Timing. Es wird jetzt übel. Aber machen wir mal. Komm ran. Jetzt gibt es ein paar aufs Maul. Ah, ging. mit rein. Ist natürlich ein super Rekaskanter Mofor. Aber den muss man lernen. Ist halt so. Weil ich glaube ich nicht an den dran trauen soll. Oh, wirkt eine goldene Rune. Den traue ich mich noch nicht. Die Atmosphäre ist echt gigantisch. Kriegst du recht die Pensionen hier. Guck mal, wir müssen üben. Ach ja, ich muss üben. Okay, das ist schon recht früh. Da ist nichts. Ich muss recht früh den Block werfen. Also sprich, wenn ihr schon ausholt. Ich tue auch noch was. Ja. Genau. Was ist das jetzt? Oh, war Frucht. Gut. Willst du mitnehmen. Und wieder liegen. Das ist doch nicht zu fassen. Das ist doch nicht zu fassen. Ja. Das war toll von mir. Der war auch toll. Während er ausrutscht. Das ist jetzt schon wieder gemacht. Ich bin in dem Grave. Da vorne. Ah cool. Das ist ja super. Stimmt. Das Ding hat er mir ja angezeigt. Wo ist er? Da ist er. Ja komm ran. Hier bin ich. Ok. Der Arm geht nach hinten. Das war zu spät. Das war zu spät. Der Arm geht nach hinten. Das war zu spät. Das war zu spät. Die Arm geht nach unten. Das war zu spät. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich glaube in dem Moment wohl nicht die Baffe trifft. Ich bin sicher. Und drücken. Und tot. Na ja, Übung macht den Meister. Ich bin sicher. Ja komm ran. Ich würde das nie lernen. Ja. 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 Trainingsstunde heute. Ja. 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 früh, zu spät, zu spät. Oh, ich habe keine mehr. Burn, baby, burnt. Ja, aber noch so. Man. 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 Man kriegt es nicht auf Eure hier, ehrlich. Man. 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 Warum nicht? Zu spät, zu früh. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Jetzt mache ich XP und level ab. Kein Mut. Gut. Den nehmen wir auch noch mit. Letzere Menschen. Hier ist nicht noch eins. Nicht noch? Nein, aber ein Pilz. Gut. Gut. Ein kleiner Lutsch. Gut. 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 schon wieder nicht. Nehmen wir mal mit hier. Jetzt gibt es ein bisschen Material noch. Was ist denn eigentlich in der Höhle da? Wo ist die Höhle hin? Doch da. Okay. Meine Höhle. Kenn ich nicht. Vier Stück haben wir. Oh, ist das dunkel? Oder ist das diese... Ah ja. Hier ist doch wieder der Boss. Oh, ist das dunkel. Ich sehe ja gar nichts hier. Das Problem hatte ich... beim ersten Spielen auch. Oh, da war auch gar nichts golfen hier. Das kleine Stück muss es dunkler sein. Ja, muss man einmal kurz alles abfarmen. Hier ist der erste Wolf, der jetzt aufsteht. Da vorne ist noch einer, glaube ich. Ja, dann der Boss. Und... Komm ran. Du müsstest mich doch schon gesehen haben. Oder gerochen haben. Oh, da ist der mittlerweile One-Hit. Oh, da sind unten sind zwei und hier ist einmal der Boss. Das ist aber noch einer. Okay. Gut. Okay. 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 Einen gesprungenen Topf haben wir. Ist doch schon mal gut. Bestienknochen haben wir hier noch. Einer ist da und einer ist da, ne? Ach ja, Osmos haben wir auch noch. So, gut, was haben wir hier? Blühstein. Bestienknochen. Da haben wir was, ne goldene Rune. Material haben wir. Ein Würmchen. Ich glaube, hier war jetzt nichts mehr. Hier ist nur noch der Boss, den ich noch nicht gelegt habe und der mich böse, böse verhauen hat. Ja, und wir haben Level Up. Und daher rasten wir mal. Ja, ich gucke erst oben, wie viel ich brauche. Mache noch was. Gucken. Okay, vielleicht sollte ich das auch gleich benutzen. Wo ist meine Fackel? Habe ich die jetzt weggeschmissen oder was? Okay. Oder muss ich dich hier drauf packen? Anscheinend auf dem Waffenslot. Mittlere Last. Was ist das? Okay, danach komme ich in große Last. Dann komme ich auch auf große Last. Dann keine blöde Fackel ausrüsten. Dann ist das halt so. Ich wusste jetzt nicht mal, ob ich voll war. Da ich hier eh raste. Ist ja auch egal. Auf den Aufstieg. Wir gehen. Okay, gibt ordentlich was dazu. Maximales Ausrüstungsgewicht 54. Feuerresistenz erhöht sich auch. Und meine Resis erhöhen sich. Waffe geht ja mal unwesentlich hoch. Das erhöht meine Ausdauer. Das erhöht ordentlich meine Lebenspunkte. Was machen wir denn? Waffe 14 schon? Wow, das ging ja schnell. Okay. Okay. Dann brauche ich noch 1000 Film-Level-Up. Ja komm, ich brauche Ausrüstungsgewicht. Kann ich jetzt was lernen? Nein. Arzneimischung. Puh sortieren. Stufenauflaschen. Was muss man meinen Flaschen? Flaschenaufladung hinzufügen. Folgenbesaat habe ich nicht. Heilige Tränen habe ich auch nicht. Das ist ordentlich verteilt. Gut, gut. Ab ins Inventar. Was sind die Kleinen? Wie viel gehen die? 200. Haben wir die auch noch? 400. Freu dich. Die ist etwas größer. Können wir auch mal nehmen. Ich weiß gar nicht, ob es gut ist, die aufzubewahren. Dann nehmen wir die auch noch. Können wir den Ort der Gnade aufsuchen. Stufenaufschnick wäre jetzt mal. Und dann gucken wir mal, wie wir uns gegen den Hayopay da schlagen. Wir werden sowieso sterben. Aber was soll's. Wir sind natürlich jetzt alle Agro. Schild voran. Ich mach das ein. Ich mach hier ein auf. Oder nicht. Versuchen. Das heißt, ich muss in den Aktionen weg. roll, roll, roll. Lass dich nicht von den scheiß Aktionen von mir erwischen. Ich hab ihn gestoppt. Das war super scheiße von mir. Aber so krieg ich ihn. Ja, nee. Das war scheiße. Er hat mich nicht getroffen. Okay, er hat einen Schild Breakup geschafft. Wieder gestoppt. Weg. Weg. Das war doch der, der die Polenmodelle gemacht hat. Weg. Weg. Wag. Woa, First useful? Schlangen Drachen Talisman. Ah, ein Talisman. Das bedeutet ... Ich muss hier drauf. Resistenz gegen Feuerschaden. Okay, den brauchen wir nicht, den können wir jetzt aber ausrüsten, den war noch mit. Äh, ja, gibt es hier noch irgendwo was, den habe ich gekriegt, ja knapp 1000, der war wohl für das Spiel nicht so wirklich was wert, aber so wie es aussieht, ist hier jetzt auch nichts mehr Tolles, einmal kurz gucken, ob ich da hinten eine Runde finde oder was das war, irgendwas habe ich ja vorhin aufgesammelt, überhaupt, okay, hier sind zwei, direkt noch einen dritten getriggert, sehr gut, und ich habe gleich schon wieder eine Runde, das kommt nochmal, scheiße, ich habe keine Trinke mehr, fällt mir gar nicht auf, also nicht mehr sterben, okay, Mama ist böse, Mama macht zwei Hitze auf einmal, schnell weg, nein, Mama macht zwei Hitze auf einmal, sag ich doch gerade, ich muss den Baubegriffen, äh, 1500 Seelen, mein Arsch, war nicht gut, oh, ja, okay, dann ist er tot, ja, okay, dann ist er tot, ja, okay, dann ist er schon mal kurz mitgekriegt, ja, zwei Stift macht sie, und dann, ja, jetzt macht sie nicht, nein, das war nicht gut, aber jetzt, eins, 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 zwei, da unten, da unten, da unten, da trefft er nicht, okay, hier ist nichts mehr zu holen, dann kann ich auch raus, oh, da unten sind noch Sachen, gut, dann hole ich mir die doch noch, haben wir das erledigt, und jetzt nichts mehr zu holen, höhe, höhe, nicht dicht, da war noch Moos, den können wir auch noch gebrauchen, wo komme ich hier raus, da, irgendwo, ne, ja, da ging es raus, sorry, dass es so dunkel ist, aber wenn ich es jetzt verstelle, ist es gleich draußen wieder voll hell für euch, kann ich mich aufladen, kann ich gestopfen Aufstieg schon machen, oh, ne, 10 XP fehlen, ich will mal kurz hier noch, es stehen doch welche, da ist er doch, und wir sind zum Level abbreit, machen wir das noch schnell, was passiert, wenn ich jetzt die Fackel ausrüste, den ich dann auch mittel, große Last, wollen wir dann nicht, weiß ich gar nicht, was ich leveltechnisch upgraden soll, und der Gnade, Quatsch, Stufenaufstieg, ja, Kraft erhöht dann nochmal meine HP, ne, wir können aber auch hier auf Damage gehen, Konstitution bei Ausrüstungsgewicht und Ausdauer, ja, könnte man auch machen, aber ich mach schon mal einen hier rein, als ich eine Waffe finde mit Stärke, vielleicht hat die Stärke 18, dann lockt die Wiener immer in Zweierschritten, aber kann auch sein, dass ich mich irre, dann schaff ich noch nicht, aber an der Stelle mach ich jetzt mal einen Aufnahmestopp, fällt mir gerade ein, nicht so schnell, wenn ich da so ein paar Punkte sprechen, Dann können wir das mal in der Zeit. Dann müssen wir das mal rein schauen, Feitwoman Leisein, wir wollen jetzt auch noch mal ein paar Jahre Pause. wo ist sie das Zeigte? Colonische Untertitelung Ich bin ja noch mal nicht. Es war alles gut. aber auch vielaisia ...